Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Aidenia, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist mal ein händischer Zusammenschnitt von einem sehr, sehr wilden Abend. Ja, denn ich bin tatsächlich live wieder auf Twitch. twitch.tv slash Aidenia. Jeden Montag, jeden Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr, sowas von in Rerum. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Ich möchte jetzt großartig gar nicht viel mehr versprechen. Es ist sehr wild gewesen. Vielleicht kommt sogar noch ein zweiter Part, wenn es euch richtig gefällt. Aber bis dahin wünsche ich euch was. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt kann ich mich ja präsentieren. Hallöchen, Popöchen. Okay, Freunde der Sonne, da sind wir. Wir fehlen uns wohl, wir haben Bock. Irgendwie sowas, hoppla hopp oder so, keine Ahnung. Dann nehmen wir doch mal das Game in Vordergrund. Weil das ist das, um das es geht. Wir schauen natürlich auch mal in den Shop rein. Wir wollen ja wissen, ob wir heute Geld ausgeben müssen. Wie es aussieht, müssen wir das aber nicht. Das ist sehr vorderhaft. Das erfreut mich mit vielerlei Freude. Okay. Salut! Erster. Jawohl, jetzt zieh es mal wirklich sogar, ne? Oh Gott. Frös! Okay. Nimm mal mit. Scheiße. Das habe ich gefrowed. Das habe ich richtig hart gefrowed. Das habe ich verschissen, Freunde. Da habe ich... Und Hallöchen Felix, ich gucke sie nicht. Äh, das habe ich verschissen. Und zwar Glorreich. Das war... Huh. Sehr schlecht. Ich habe auch nicht gesehen, dass die... Die alle da drinnen hängen. Das ist schlecht. Äh, ja. Das war wichtig. Äh. Schön! Aber ich habe den ersten Teil nur gefrowed, ne? Damit wir hier, äh... Damit das jetzt länger zieht und wir mehr Erfahrung dadurch bekommen. Ja, ich bin... Ich bin hier schon ziemlich hart gecarried worden. Die waren alle sehr fähig. Hört man uns dann auch im Stream? Äh, wie bitte? Ja, man hört euch im Stream. Ihr müsst euch ein bisschen... Ein bisschen müsst euch schon hier, äh... Dingsen, ne? Und Le Spag de Bär ist auch da. Äh, äh... Äh, ja. Na gut, dann gehe ich nochmal auf alle Rollen-Cue'n und dann wird das lustig. Also heute wird es eine volle Runde, Freunde. Äh, ja. Wir sind zu viert. Das kann nur... Das kann nur... Mindestens mittelprächtig werden, würde ich sagen. Mindestens. Ja, das heißt nur Grandmen. Meistens. Nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Weil wenn wir nämlich auf dem Fünfer-Fullstack antreten dürfen, weil die sich voll absprechen und allesamt das Spiel richtig reingesucht haben, dann haben wir verkackt. Ja, dann war das einfach nur Pech. Dann haben wir halt einfach mal... Einfach mal gelitten. Aber egal. Dann packe ich einfach meine Finals-Moves aus. Dann packe ich sie alle nieder. Das klingt nach einem YouTube-Tutorial. Oh, was willst denn du von meinem Leben, Alter? Also ein paar Spiele macht dem Zwischenrufe immer wieder gut. Ja, gut. D.O.A.B. ist natürlich, äh... Gaming-Quardinates, du armer Boy. Oh nein. Mit PC-Urdos. Ah, klasse. Der hat grad nicht auf seinen Madoff gepasst. Ich passe aber auch nicht auf meinen auf. Muss ich auch krass sagen. Oh, ich hab keinen Panzer mehr. Panzer vor allem. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oh, Jesus. Das war viel zu riskant. Wie hieß die? Schokoladen? Was? Schoko-Schoko-Pudding! Wie heißt Schoko-Pudding? Ich will auch irgendwie Hunger zu machen, wenn ich bald nicht vergessen will. Okay, okay. Du bist hier bloß mit mir. Ah, das... Das wird kritisch. Wie heißt die Würstchen? Was? Wut-Würstchen? Was sind das für Namen, Alter? Weil dann holen euch hier diese... Diese Dive-Boys. Dive-Crew. Steh oben. Ey, der hat aber auch echt Bock. Ja. Hab ich gemerkt. Aber die haben uns zum Glück verkackt gerade mit... äh... mit dem Puschen. Also da, ja. Würde ich sagen, grad zum Win. Die sind wie so ein Reinigungsmittel, ne? Das neue Nell. Ja, das... Also Nell das Reinigungsmittel würde ich kaufen. Die hätten ja noch ihr, so. Die hätten von 8.000. Was sind die Einflüge? Oh ja, sehr schön. Nett. Sorge, wie ich ja dem Reaper, der hier irgendwo rumgeistet. Oh, sehr schön. Hohoho, sehr schön. Gutes Steambug, gutes Steambug. Der Untote. Juhu, Anerkennungsstufe im Film. Das wird zwar nicht lange halten, aber... Stimmt, man kann sich ja wieder anerkennen. Das geht ja. Jetzt wird es schon eine Gruppe von 4 Menchies. Das ist doch schön. Oder Bären unterteilen. Oder Fabelwesen. Keine Ahnung. Weiß nicht. Als was würde man einen Spackenbär bezeichnen? Ist das eher schon Fabelwesen oder ist das noch ein Tier? Das ist schon Fabelwesen. Das ist schon Fabelwesen. Okay. Hab ich mir fast gedacht. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Angst. Ja. Die beste On-Off-Beziehung deines Lebens. Anerkennungsstufe von 4 auf 5 und wieder zurück. Ja, das schreibt es eigentlich schon ganz gut im Moment. In jedem Stream geht es rauf und rüber. Wie die Mal gewünscht, das Kind. Hallo? Musst du Nudeln leben, dann du Nudeln lieben. Oh no. Ah, da ist ein Diva. Ein Baby-Diva. Ja, ich hab die auch sofort geschossen. Leute, ich hab den Falschen erwischt. Was? Ich dachte, ich hatte sie. Gut. Die hat sich gut versteckt. Ah. Nein. Ich war so, so fast weg. Äh. Oh no. Ja. Kriegen wir alles? Ja, die könnten gerne lauter sein. Okay. Siehste, das ist Feedback, mit dem kann ich arbeiten. Oh, ich geh gleich lauter. Sieh denn da, geh mal weg. Italien Food. Lauter Food. Also, einer im Gegner-Team meint, seine Mates sollen bitte Hello Kitty spielen gehen. Also, der Hello Kitty-Insel-Spaß, das ist schon herausfordernd. Ja. Ja. Ach nee, komm, ich, ich spars mir. Weg mit dir. Oh, den hab ich nicht gekriegt. Dankeschön, 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 dankeschön. Oh, das war so wichtig. Oh, die haben auch echt keinen Bock, meine Dinge stehen zu lassen. Nee, aber in der ersten Runde hat uns eine ganz schön lang stehen lassen. Ja, da war ich auch ein Lammkopf. Da konntest du dann schön healen. Jetzt versteht man was. Sehr schön, siehste. Upgrade. Irgendwo hier läuft ne Hacker-Tante rum. Ja, die meint's ein bisschen so gut. Schau mal. Ja, sehr gerne Throne hier. Das mögen wir. Die haben gefroht, sehr schön. Boah, der Affe, Alter. Alter, was ist denn mit dem Affe? Oh, den hast du aber böse eingesperrt. Nö? 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 Der Arme. Der Arme kommt und dann tschau, Alter. Der Arme, kein Alkopf. Aller verdient. Wir sind Affe. Jaaaaaa. Ach je. Nein, 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 nein. Ja, das hab ich gesehen, Alter. Alter, ich hab in die Zukunft schauen können gerade, dass du annihilated hast, Jesus. Oh nein. Ohaah. Ohaah. I'm still dead. Haha. Geh mal links Balken, aber mal anders flirten, ey. Ja, der Ball. Halt. Ich hab das richtig böse gesehen, ey. Das war richtig, richtig ekel. Alter. Oben irgendwo. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Danke. Du warst echt einfach unsichtbar. Du warst genau immer in meinem Rücken. Ohaah. Ich dem Sommer ein bisschen zu ernst. Haha. Ja. Ja. Lol. Dankeschön. Äh, hast mich gerade gerettet. Ohaah. Ohaah. Hat Piraten, der wollte dich ankern, ne? Ja. Du hast es genau perfekt mit deinem Ding weggemacht. Ohaah. Die hat wirklich alle bei sich. Das Hammer. Schön durchgestürmt. Ohaah, ne. Hör auf hier. Keine Bermann. Au. Schlecht. Weg, 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 weg. Äh, Alter. Woop. Da hab ich das. Ja, aber wirklich, ey. Ich hab den kompletten, äh, heal verbraucht bei dir. Was? Dabei hatte ich dich noch nicht mal komplett. Ach, hallo. Schönes Schweinebärmann da weg. Das war doch was. Äh, ja. Ja, die hängen hier wirklich zu sechst rum, wenn er weg bleibt. Ja. Das ist übel. Das sieht man gleich doppelt und dreifach. Oh no. Äh, ich krieg dich nicht geheilt. Äh. Dankeschön. Das war wichtig. So, die wollte ich eigentlich gar nicht da rein, aber diese Scheiß. Der hat mich immer weiter reingeschmort. Hey, sehr gut. Perfekt erwischt. Au, Alter. Ja, zieh ihn zurück. Zieh ihn zurück, Schweinebärmann. Nicht krieg ich noch. Zack, bam. War zwar nicht meiner, aber ich hab unterstützt. Man kann einfach Zack, bam sagen, ja. Ja, die Mercy ist irgendwie schön. Da stand doch so einladen, da hab ich in meinem Spöhn die Fresse geschlossen. Ich kann das nicht gegenheal. Wir müssen rangehen. Mit der Lava kann ich spucken, aber... Yes. Äh, hinter uns. Ab die Tracer. Ja. Komm schon, Lucio. Geh drauf. Lucio ist tot. Ich heile irgendwas. Schweinebärmann ist fast da unten. Schweinebärmann ist fast da unten. Ja, den hab ich. Sehr schön. Genau. Sehr schön, noch haben wir nichts geschafft. Da oben kommt noch was. Ah. 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 Jawoll. Das haben wir zu dir. Das war... Das war... Das war krass. Das war... Das war krass. Das... Ohhohoho-hohohohoho. Hallo, Zelda. Danke für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Hallö hier zusammen. Ich grüß euch. Ohhohoho. Ihr seid mitten in die Schlamschlacht gerutscht. Wie war euer Stream? Lädst du mich an? Oh Gott, ja, ich lade euch gleich ein. Nur einen Moment. Und danke schön für die Follows. Ach Gott, Johnnick, danke für den Follow. Na, ihr Lieben, ich hoffe, es geht gut. Arthur, vielen Dank für den Follow. Ich danke euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich glaube, es war ja hier Hogwarts, Hogwarts Legacy. Wie weit habt ihr denn geschafft? Den Namen eigentlich. Ja, ich versuch's mal schaffen. Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht, Freunde. Ah, sehr schön. Da ist es. Ich hab natürlich nur so einen kleinen, also so einen kleinen, das klingt... Oh Gott, das war so ein ungünstiger, eine ungünstige Formulierung. Ich bin nervös. Also auch, auch, auch Cabanossis haben ihr Recht auf diesen Graneten. Ich grüße euch trotzdem. Das war unheimlich unpassend. Aber ich grüße euch trotzdem. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, trotzdem, ihr hattet einen schönen, ihr hattet einen schönen Stream. Sie hat direkt Voldemort besiegt, aber, äh, was? Aber ist leider an so Steinbildchen gescheitert. Oh Gott. Schlammschlacht, das ist, äh, ein Raid, dann noch mittendrin, auf den man überhaupt nicht vorbereitet war. Freunde, das ist, das ist böse. Machst das. Machst das super. Ich, ich, ich mach hier gar nichts. Ich, ich verzweifle innerlich. Zum Glück, zum Glück sieht man das nicht ganz so krass, aber mein, äh, ich bin so rot im Gesicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bei einer Skala von 1,9, wie tomatlich bist du gerade? Äh, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, wie heißen die, Manzano oder sowas, diese Tomaten? Ja, 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 Manzano. Ja, genau. Siehste, so, so rot. Und zwar, und zwar wirklich überreifend. Also, ihr habt, ihr habt gesehen, ich hab's versucht. Ich hab versucht zu halten. Er war fähig, er war fähig. Warum, 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 warum geht das alles, warum geht das alles jetzt irgendwie so einen ganz komischen Beigeschmack? Ich weiß auch nicht. Ich glaub, dass sie jemals einen anderen Beigeschmack hatte. Das ist, weiß ich nicht. Ja, manchmal schon. Das ist, das ist, als ob du dir vornimmst, eine neue Geschmacksrichtung an Chips auszuprobieren oder ansonsten. Oh fuck, ich bin tot. Ja. Nein, ich hab's gewohnt. Ich hab's gewohnt. Noi. Oh no. Wie auch so nett. Und du dann trotzdem immer dieselbe Worte nimmst. Ja, so nett war, ne? Ciao, Alter. Weg. Ich heil dich. Ah, Gott, ich wurde gekommen, Ciao. Aber es ist ja sogar hier zwei Tage im Büro ohne Radio auskommen und klar, ich bin jetzt nicht so von wegen, ich brauch dieses ganze Popping-Lieder, damit es mir gut geht. Das ist ja jetzt nicht so. Was aber mein Problem ist, ist halt, was ich gemerkt hab, ich war null mehr informiert. Ich wusste fucking noch mal nicht mehr, was in der Welt passiert ist. Also, klar, das kann einem auch scheißegal sein. So ist es nicht, aber irgendwie hat mir das gefehlt so. Ich wusste nicht mehr, was in irgendeiner Form irgendwie passiert ist. Und irgendwie verbinde ich das aber so mit Arbeit, sodass ich wenigstens ein bisschen was mitkriege. Ich reg mich dann zwar immer auf, werd vielleicht depressiv dadurch, aber ich bin wenigstens informiert dabei. Sie hat mich in die Leine genommen. Ja, ich hab dich, du warst genau hinter dem, äh, den ganzen... Ja, 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 ja. Da konnte ich nix machen. Aber ich hab recht vor oben. Ich hab recht vor einem. Ich hab recht vor einem mitgenommen. Oh no. Boah. Sehr gut. Dankeschön. Oh, da ist ein Sniper. Irgendwo da oben. Und da ist ein Sniper. Oh, der ist kurz neben mir eingeschlagen. Oh, sehr guuuuut. Nice. Lol. Oh, böse, böse, böse. Oh, ho, 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 ho. Das war ne Bombo-Kombo von allen. Sehr schön. Einmal aus dem Spiel, ne. Einmal aus dem Spiel, ne. Der hat auch einen Ball bekommen, Alter. Ja, der ist wirklich ein Highlighter worden. War hinter uns. Ja. Sehr gut, der wird gut to watchen. Ja, die war huge. Wenn der direkt vor meiner Nase springt, zieh ich doch die Wall. Ist doch noch nicht. Ich hätte mich jetzt aufgelobt, aber ich war irgendwie seitlich daneben. Ah, ha, ha. Ich hab die getreten. Hast du meinen Fuß gesehen? Boom. Oh, aua. Aua. Ja, ist echt so. Da kam so ein fester Wrestling-Heini in mein Gesicht. Nee. Der Flugkirche habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Er hat mich da komplett... Wir haben hier einen verloren. Einer hat gefroht. Ich muss dich heilen. Komm, geh durch, geh durch. Nicht zu sehr ins Haus reingehen, ne? Okay, scheiße. Ja, ist gut, ist gut. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ah, 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 ah. Alter, der wild geworden Hund. Wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Ja, ja, ja. Danke, dass du das Video bis hierhin gesehen hast. Das Ganze war Part 1. Wenn dir das Ganze richtig gefallen hat, schreib es gerne unten in die Kommentare. Das würde mir unheimlich helfen. Ja, und ansonsten schauen wir halt einfach mal, wenn euch das richtig gefällt, kann ich euch noch ein bisschen mehr von dem Abend gerne natürlich schneiden. Wenn euch das wirklich gefällt, dann mache ich das natürlich auch gerne. Aber ansonsten, wie gesagt, twitch.tv slash Adenia gerne vorbeischauen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar Outtakes von mir, wie ich verzweifelt versuche, dieses Intro aufzunehmen, weil ich schon lange nicht mehr an der Kamera direkt gesprochen habe. Willkommen auf YouTube. Ja, das ist ein Zusammenschnitt eines Livestreams, den ich diese Woche hatte. Wenn dir das Ganze gefällt, lass einen Daumen nach oben da. Wenn dir das Ganze richtig gefällt, kommentier doch auch am besten nochmal, dann das hilft dem Algorithmus. Ansonsten kannst du auch gerne live natürlich vorbeischauen, denn ich streame jeden Montag und jeden Mittwoch so um die... Oh, ich kann das besser. Ach, komm. Hallo und herzlich willkommen zu diesem... Hallo auf YouTube. Herzlich willkommen zu diesem Video. Na, ich muss in die Kamera gucken. Hallo auf YouTube. Herzlich willkommen zu diesem Zusammenschnitt von einem Twitch-Livestream. Mein Name ist Adenia. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist der erste Teil von einem sehr wilden Abend gewesen, deswegen habe ich das Ganze erstmal so zusammengeschnitten. Vielleicht wird noch ein zweiter Teil draus, aber drei Stunden mit der Hand zu schneiden ist ein bisschen anstrengend. Aber ich hoffe doch trotzdem, dass euch zumindest dieser zusammengestauchte erste Teil erst einmal gefällt. Lasst gerne einen Like da, wenn er euch gefällt. Kommentiert auch gerne, denn das hilft dem Algorithmus. Und wenn ihr gerne mal mit live dabei sein wollt und natürlich meine ganzen Versprecher und anderen Problematiken und Schreikrämpfe und etc. alles mitkriegen möchtet, könnt ihr gerne einfach mal bei twitch.tv slash Adenia vorbeischauen. Dort gerne einfach mal reingucken. Ich habe euch unten natürlich den Link dagelassen. Ihr könnt gerne ein Follow da lassen, dann werdet ihr normalerweise auch benachrichtigt, wenn ich eben live gehe. Ansonsten, wie gesagt, gerne auch mal direkt einfach vorbeischauen. Ihr könnt natürlich auch auf Twitter mir mal folgen, denn da, wenn ich mal an einem nicht dieser beiden Tage live gehe, werde ich das dort kommunizieren. Also ihr werdet das da mitkriegen. Hey, ich bin spontan live, whatever. Dann könnt ihr gerne einfach mal da vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und jetzt genügend vorgelabert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir.